Bhagavad Gita, Vers 3.19 Daher sollte man, ohne an den Früchten der Aktivitäten zu haften, aus reiner Pflichterfüllung handeln. Denn wenn man ohne Anhaftung arbeitet, erreicht man den Höchsten. Erklärung Für den Gottgeweihten ist der persönliche Gott das Höchste, und für den Unpersönlichkeitsanhänger ist es die Befreiung. Ein Mensch, der unter der richtigen Führung und ohne am Ergebnis seines Handelns zu haften, für Krishna bzw. im Krishna-Bewusstsein handelt, wird mit Sicherheit Fortschritte auf dem Pfad zum höchsten Ziel machen. Weil es Krishnas Wunsch war, sollte Arjuna in der Schlacht von Kurukshetra für Krishna kämpfen. Ein guter Mensch oder ein gewaltloser Mensch zu sein, ist eine persönliche Anhaftung. Wenn man aber im Auftrage des Höchsten handelt, handelt man, ohne am Ergebnis zu haften. Das ist vollkommenes Handeln. Es befindet sich auf der höchsten Stufe und wird deshalb vom höchsten persönlichen Gott, Sri Krishna, empfohlen. Vedische Rituale, wie zum Beispiel vorgeschriebene Opfer, werden vollzogen, um sich von gottlosen Handlungen zu reinigen, die im Bereich der Sinnenbefriedigung begangen wurden. Aber Handeln im Krishna-Bewusstsein ist transzental zu den Reaktionen auf gute oder schlechte Taten. Ein Krishna-bewusster Mensch haftet nicht an den Ergebnissen seiner Aktivitäten, sondern handelt ausschließlich für Krishna. Er verrichtet die unterschiedlichsten Aktivitäten, bleibt aber völlig unangehaftet.